Der Zeit im Musterhäupter starker Ströme, wenn eine Nymphe euren Streit und eure Rehlen stürmt. Der Streit ist ganz gerecht, die Sache groß und küsst man, die nährt. Er ist ja von Lust an noch bewusst und meine Nymphe frau und schmerzen, so wie bei unseres Segeshelden an und spürte. Wer da verdient, dass alle Untertanen ihre Herzen? Denn Hekatomben sind zu schlecht, wie wir zu allem Handverführten. Doch nicht, was ich mein Unterkünkt euch vorzusagen, du, dessen Flut der In- und Lech vermirren, du sollst mit uns das Königskort verhehren, doch uns das Elbe ganz lieb überlassen. Ihr beiden anderen sollt euch brüderlich vertragen und müsst ihr diese doppelte Regierungssonne auf euren Zeit nach Wechsel weiß entweder euch in der Gunt und auch im Wasser. DER DIT-An Aldrich M ه Nicht Gegner